Heute gibt es mal ein spontanes und kurzes Video von mir, denn Trade Republic steigt in den Kryptohandel ein. Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Co. sind ab sofort bei Trade Republic handelbar. Mehr dazu direkt nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier seht ihr gerade schon vor zwei Stunden auf Twitter und auf allen anderen Socials natürlich auch, wurde bekannt gegeben, dass man auch Trade Republic jetzt Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash kaufen kann. Ja, das ist natürlich eine Hammer News. Das Ganze wird rund um die Uhr möglich sein und nur die 1 Euro Fremdkostenpauschale werden anfallen mit einem überschaubaren Spread. Den wissen wir noch schauen, wie hoch der sein wird. Das können wir auf jeden Fall dann nochmal vergleichen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash für den Anfang sind dabei. Ja, und für mich beweist Trade Republic auf jeden Fall mal wieder, dass sie den ganzen Markt damit auf jeden Fall gut vor sich hertreibt. Und das ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür. Ich habe ja auch zum Beispiel vor einigen Tagen ein Video über Coinbase gemacht, wo ich genau diese These in den Raum gestellt habe, dass halt durch Konkurrenz, die eigentlich nichts mit dem Kryptomarkt zu tun hat, die Margen langfristig auch für Coinbase und Co. unter Druck geraten werden. Und deswegen Coinbase für mich kein Kaufer in dem Fall. Wir schauen uns das Ganze dann nochmal live an, wenn das Ganze auch möglich ist. Das soll mal hier nur ein kurzes Update zur Info sein. Wenn du noch keinen Trade Republic Account hast, wo du den Kanal unterstützen möchtest, dann kannst du das natürlich gerne machen, indem du meinen Link benutzt. Ansonsten natürlich einfach traderepublic.com. Jetzt schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Glaubt ihr vielleicht sogar, dass der ein oder andere neue Trade Republic Nutzer jetzt nur durch dieses Update in den Bitcoin Markt vielleicht neu reinkommt und nur deswegen Kryptos kauft? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich freue mich wie immer auf den Austausch mit euch. Und dann sehen wir uns am Sonntag planmäßig wieder. Da gibt es dann meinen Depot Update vom Gesamtdepot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.